Schwerhörigkeit kann das Leben beeinträchtigen. Doch mit der richtigen Unterstützung kann Anna wieder voll und ganz am Leben teilhaben. Anna ist eine lebenslustige Frau, doch ihre Schwerhörigkeit stellt sie vor große Herausforderungen. Sie sehnt sich nach lebhaften Gesprächen und gemeinsamen Erlebnissen mit ihren Liebsten. Annas Sohn entdeckt ein inspirierendes Video von Hörtrend und überzeugt sie, einen Termin zu vereinbaren, um ihre Hörprobleme zu lösen. In einem kostenlosen Erstgespräch nimmt sich der Hörakustiker Zeit, um Annas Bedenken und Wünsche zu verstehen. Sie fühlt sich verstanden und gut aufgehoben. Der Hörakustiker führt eine detaillierte Höranalyse durch und präsentiert Anna eine Auswahl an Hörsystemen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Er erklärt ihr die Funktionsfähigkeit der Hörsysteme und nimmt gegebenenfalls eine Abformung für individuelle Ohrpassstücke oder Im-Ohr-Hörsysteme. Beim nächsten Termin erhält Anna ihr maßgeschneidertes Hörsystem. Der Hörakustiker passt es optimal an und weist sie in die Nutzung ein. Sie kann bis zu drei verschiedene Hörsysteme zwei bis vier Wochen kostenlos Probe tragen. Mit ihrem neuen Hörsystem erwacht Annas Welt wieder zum Leben. Von herzlichen Gesprächen bis hin zu unvergesslichen Kulturerlebnissen. Zögern Sie nicht länger. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit Hör-Trend-Hörsysteme auf und vereinbaren Sie einen Termin. Je früher Sie handeln, desto schneller können Sie wieder unbeschwert am Leben teilhaben und die Welt um sich herum klar und deutlich hören. Lassen Sie Ihr Leben wieder in vollen, klangvollen Farben erstrahlen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017